Was machst du denn? Guck mal, Norbert hat das genommen. Der Hund muss selber aufs Klo, der Hund muss aufs Klo und du stehst einfach mal scheiße. Der ist tiefgekriegen. Ja, vor allem die Leute sind auch total unentspannt. Ich bin da gerade hergefahren und das ist ja wirklich super eng, wenn man auf der linken Spur ist. Rechts die LKWs und dann drücken die aber von hinten, ey. Das ist mir so schnuppeegal, entweder klemme ich mich in eine LKW oder die können nicht mal. Das mag ich überhaupt nicht, wenn ich hängelne. Ich wollte ihnen das nicht ja mancher, die man ausmassen, aber sie machen es ja nicht. Ja. 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 Ja, wenn man auf dieser großen LKW ist, dann geht irgendwas und dann muss man so einen Weg rein und dann ist es mit einem Strafenschild. Und dann ist es auch ein bisschen so, wenn man das gerne mal erinnert. Da fährt man so einen Weg rein und dann ist man den Parkplatz auf und alleine los. Gehen wir mal gucken. Da kommt ein tolles Mittelteil rein.